Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Guide. Ganz viele von euch hatten sich einen Guide über das D3 Set gewünscht und dem werde ich heute nachgehen, weil das Ganze ein bisschen umfangreicher ist, gehen wir jetzt gleich direkt rein und schauen uns mal die Basiswerte an. Wie ihr sehen könnt, trage ich auf jeden Fall schon mal vier Teile des D3 Sets und zwei High-End Teile. Als Hauptwaffe benutze ich eine MP5. Dann schauen wir uns die Basiswerte an. Zum einen habe ich hier 6.600 Schusswaffen. Ich habe Ausdauer 5.383 und mache eine Zähigkeit von 354.000. Ich habe hier Elektronik 2.829 und damit eine Fertigkeitenstärke von 119.000. Jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, das ist ja viel zu wenig Fertigkeitenstärke, viel zu wenig Zähigkeit. Darauf werde ich aber gleich noch kommen und da werde ich auch ein bisschen was zeigen, dass das auf keinen Fall so stimmt. Ich würde aber sagen, wir fangen erst mal an mit den High-End Teilen, die ich hier trage. Ich habe hier die Möglichkeit, die LeRae Barrett Brust zu tragen. Wer das nicht kann, das gibt auch noch eine High-End Brust, die euren Heilfertigkeiten einen Overheal verleihen. Das bedeutet, wenn ihr den Booster Shot benutzt, also sprich die Doping Spritze, die euch normalerweise keinen Overheal gibt, dann könnt ihr aus der noch einen Overheal rausholen. Das wäre auf jeden Fall eine vernünftige Alternative. In meinem Fall, wie gesagt, ist es jetzt hier die LeRae Barrett Brust. Auf die bin ich schon mal eingegangen in einem separaten Guide und deswegen werde ich das jetzt an der Stelle nicht tun. Das würde den Rahmen jetzt sprengen und ich habe das Ganze gemoddet zweimal mit Schusswaffen und Rüstung. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in den Rucksack. Wie ihr sehen könnt, trage ich den Rucksack mit dem Talent spezialisiert. Das ist meiner Meinung nach der absolut beste Rucksack, den ihr euch überhaupt irgendwie zulegen könnt. Denn der bietet euch ausgehend vom Schusswaffen- und Ausdauerwert 200% eben auf die Fertigkeitenstärke. Für die, die nicht wissen, wie das funktioniert, mal ein ganz simples Beispiel. Ihr hättet jetzt 1000 Schusswaffen, 1000 Ausdauer. Dieser Wert wird zusammengenommen, sprich das sind dann 2000 und mal 2 genommen, sprich das wären 4000. Und die werden dann auf die Fertigkeitenstärke oben drauf genommen. Ganz klar ist natürlich ein Riesenvorteil, denn ihr braucht nicht so viel in Elektronik stecken und bekommt dennoch einen einigermaßen vernünftigen Fertigkeitenstärkewert. Ganz klar bei der Brust schaut es wie folgt aus. Da ist natürlich Rüstung drauf, sollte auf jeden eurer Ausrüstungsteile drauf sein. Dann habe ich hier natürlich Schusswaffen drauf, habe nochmal Rüstung drauf in der Mod und ansonsten trage ich hier Mods mit ballistischem Schildschaden, Schadensminderung. Warum? Ganz einfach, die Gegner können euch nur von vorne direkt aufs Schild treffen, von der Seite oder von hinten können die euch sehr wohl treffen und damit ihr dann weniger Schaden kassiert, ist es eben entsprechend sinnvoll, hier diese Mod auszuwählen. Gehen wir direkt weiter zur D3-Maske. Bei meiner Maske habe ich 1256 Schusswaffen drauf. Ich habe beim hohen Attribut plus 4% Lebenspunkte bei Tötung. Hier könnte man sich auch entscheiden, Elite-Schaden reinzunehmen. Das würde den Schaden natürlich nochmal zusätzlich pushen. Und beim geringen Attribut habe ich gegnerischen Rüstungsschaden und zwar 8,5%. Und ich kann euch sehr empfehlen, bei jedem Teil, wo es möglich ist, gegnerischen Rüstungsschaden mitzunehmen. Egal, ob das jetzt beim D3-Set ist oder jedem anderen Set. Ganz einfach deshalb, weil es einfach nochmal zusätzlich den Schaden pusht. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr das jetzt im PvE spielt oder im PvP. Dieser gegnerische Rüstungsschaden ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Schauen wir mal weiter runter. Beim 2er-Bonus des Sets bekomme ich plus 15% Schutz vor Elite. Ich bekomme 30% mehr Lebenspunkte für mein Schild. Ganz klar, ist eine schicke Sache. Und beim 4er-Bonus ist es so, dass ich mein Schild führen kann und zusätzlich eine MP benutzen kann. Ist ein wirklich großer Vorteil, wenn es um den Schadensoutput geht. Nachteil ist, dass ich die kritische Trefferchance verliere. Gucken wir mal weiter runter hier. Bei meinem Mod ist es so, dass ich hier einen Ausdauermod drin habe und Rüstung. Ganz klar, irgendwoher muss ja ein bisschen Ausdauer kommen. Und bei dem Rüstungswert ist sowieso immer wichtig, dass ihr schaut, dass ihr eure Rüstung pusht. Denn es gibt euch zusätzlich sehr viel Zähigkeit. Ich habe auch bei meinen Knieschonen Schusswaffen drauf. 1259. Ich habe natürlich Rüstung auf den Knien. Ganz klar, ist eine wichtige Sache, wie eben schon gesagt. Rüstung sollte man auf jeden Fall pushen, wo es auch immer irgendwie geht. Und ihr seht, beim geringen Attribut habe ich wieder plus 10% gegnerischer Rüstungsschaden. Also auch hier auf jeden Fall eine Sache, dass ihr euren Schadensoutput nochmal ein bisschen zusätzlich pusht. Dann gucken wir weiter runter auf die Mods, die ich hier drin habe. Hier habe ich wieder eine Ausdauermod, wieder mit Rüstung. Und ich habe hier ballistischer Schildschaden, Schadensminderung. Habe ich ja schon erklärt, damit ihr eben weniger Schaden kassiert, wenn ihr von der Seite oder von hinten beschossen werdet. Bei meinen Handschuhen habe ich Ausdauer drauf als Hauptwert und zwar 1247. Ich habe natürlich MP-Schaden draufgerollt, um den Schaden meiner MP nochmal ein bisschen zu pushen. Ich habe hier plus 4% Lebenspunkte bei Tötung. Hier könnte man sich eventuell auch entscheiden, kritischen Treffer Schaden reinzunehmen. Und als dritter Wert habe ich Schaden gegen Elite, nochmal 8%. Bei meinem Holster hatte ich nicht ganz so viel Glück, ein richtig gutes zu bekommen. Ich habe hier leider nur 1199 Schusswaffen drauf und 1222 Ausdauer und 1269 Elektronik. Der Elektronikwert, der ist wirklich gut, aber bei den anderen Werten, da könnte es ruhig über 1250 liegen. Das wäre schon wirklich eine schicke Sache. Habe ich leider, wie gesagt, kein Glück gehabt bisher. Und Rüstung ist auf jeden Fall auch draufgerollt. Auch beim Holster eine ganz wichtige Sache hier, den Rüstungswert zu pushen. Und dann gucken wir nochmal rein in den Mod. Auch hier habe ich natürlich einen Mod gewählt, der euch eben schützt, wenn ihr Schaden von der Seite oder von hinten bekommt. Wir schauen jetzt hier mal kurz in meine MP5 rein, denn ich möchte euch zeigen, wie ich die gemoddet habe. Beim Scope ist es eben so, dass ich plus 17% kritische Treffer Schaden mitgenommen habe. Ich habe 5,5% Kopfschuss Schaden mitgenommen und 2% Präzision. Auf kritische Treffer Chance braucht ihr bei eurem Scope nicht zu setzen, denn das wird ja über den 4er Bonus euch ohnehin genommen. Das wäre dann ein toter Stat, von daher lieber irgendwas anderes reinnehmen als dritten Stat, wenn ihr denn irgendwie könnt. Denn bei meiner lauten Mündungsbremse ist es so, das zeige ich euch jetzt, da habe ich unglücklicherweise 3% kritische Treffer Chance drauf. Ist somit eigentlich ein toter Wert. Würde viel mehr Sinn machen, hier zum Beispiel nochmal Kopfschuss Schaden mitzunehmen. Ansonsten habe ich hier aber 17% kritischer Treffer Schaden drauf, 2,5% Stabilität. Gehen wir mal zum Griff. Und beim Griff habe ich mich für optimale Reichweite entschieden. Ganz einfach deshalb, weil ihr ja als Tank auch eine gewisse Reichweite braucht. Damit komme ich bei der MP5 auf 23 Meter. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auf jeden Fall weit genug weg, um auch Gegner entsprechend anzuschießen. Ist also eine gute Sache, wenn ihr da nochmal ein bisschen mehr Reichweite habt, denn dann könnt ihr ein bisschen leichter die Aggro ziehen. An der Stelle noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr als Tank spielt und vor euch eine Mobgruppe ist, schießt nicht gleich drauf. Werft am besten eine Granate, denn die Initialagro von so einer Granate, die ist wirklich gut. Am besten einfach eine Splittergranate zu der Gruppe hingeschmissen. Dann bekommt ihr 100%ig von der ganzen Gruppe Aufmerksamkeit. Es sei denn, eure Teammates ballern gleich von Anfang an, wie die Gestörten auf die Mobs drauf. Da könnt ihr dann natürlich auch wenig machen. Dann haben die erstmal die Initialagro und ihr müsst schauen, wie ihr die Aggro wieder an euch bindet. Also auf dem Griff auf jeden Fall eine gute Sache hier, optimale Reichweite reinzunehmen. Und Präzision nochmal und nochmal Nachladetempo. Beim Magazin ist es so, dass ich hier 110,5% Magazingröße habe. Ist ein Vorteil. Ganz einfach habt ihr mehr Schuss im Magazin, müsst ihr nicht so oft nachladen, könnt ihr länger schießen. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann habe ich hier 4,5% Nachladetempo und 4% kritischer Trefferschaden. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Talenten und dergleichen. Schauen wir da rein, was ich da gemacht habe. Bei den Talenten fangen wir mal an mit der Sicherheit. Und zwar habe ich hier als erstes ausgewählt in der Bewegung. Als Tank seid ihr ja ständig irgendwie dabei, euch zu bewegen. Und da ist es von Vorteil, wenn ihr einfach nochmal 10 Sekunden lang 30% mehr Schadensdämpfung bekommt, wenn ihr einen Gegner tötet. Ist also auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich habe hier Präzision ausgewählt. Ist hauptsächlich eine gute Sache, wenn ihr allein unterwegs seid. Man könnte das Talent aber auch in der Gruppe benutzen. Denn über dieses Talent habt ihr die Möglichkeit zu gritten. Ganz einfach, ihr markiert ein Ziel und dadurch wird ein Impuls gesetzt. Und dieser Impuls wirkt auf den Gegner wie ein Debuff, also wie ein negativer Effekt. Das zählt auch, wenn ihr zum Beispiel einen Teammate dabei habt, der scannt, der setzt auch diesen Debuff auf den Gegner. Das heißt, dass nicht gekrittet wird über eure Werte, sondern es wird gekrittet, weil der Gegner diesen Debuff hat. Und darüber könnt ihr dann sehr wohl auch gritten. Sprich, wenn ein Impuls gesetzt ist auf den Gegner, sei es eben hier über das Talent Präzision oder über einen Scan von eurem Teammate, dann habt ihr die Möglichkeit sehr wohl auf den Gegner zu gritten. Denn das hat nichts mit eurer Waffe zu tun, sondern wie schon erklärt, mit diesem Debuff. Dann habe ich natürlich hier drin, eine ist keine. Ganz klar, ist eine schicke Sache. Wenn ihr den Kopf trefft, habt ihr 50% Chance, eben die Kugel nicht zu verbrauchen. Und je länger ihr schießen könnt, je besser ist es, denn dadurch spart ihr euch Nachladezeit. Und Nachladezeit bedeutet immer Damageverlust. Und von daher ist eine ist keine eine wirklich gute Wahl. Jetzt kommen wir zum Medizinflügel. Und bei Medizin ist es so, dass ich hier Feldsanitäter ausgewählt habe. Und Feldsanitäter, wundert ihr euch vielleicht, warum ich das gemacht habe, der gibt 40% der Heilung auf Helfer im Umkreis von 20 Metern. Und dieser Effekt, dass ihr im Umkreis von 20 Metern zu 40% Helfer heilt, wirkt auch auf euer Schild. Das zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, machen die Gegner jetzt an meinem Schild entsprechend Schaden. Ganz wichtig ist es natürlich, ihr müsst selbst auch ein bisschen Schaden bezogen haben, sonst könnt ihr kein Medipack benutzen. Und wenn ich jetzt ein Medipack benutze, dann seht ihr eben, dass dieses Schild entsprechend mitgeheilt wird. Ist wirklich ein großer Vorteil, wenn ihr euer Schild heilt. Denn zum einen bekommt ihr entsprechend Heilung und euer Schild auch. Und jetzt geht es hier weiter mit den Fertigkeiten. Ihr habt zum einen hier schon mal den Booster-Shot. Warum den Booster-Shot? Ganz klar, ist eine super Sache. Zum einen macht ihr mehr Schaden, zum anderen bekommt ihr Widerstand. Und solltet ihr, wie schon angesprochen am Anfang, die Leray Barrett-Brust nicht haben, dann habt ihr eben nochmal die Chance über das Talent der anderen High-End-Brust euch nochmal ein Overheal zu geben. Und das heißt, ihr gewinnt Schaden, ihr gewinnt Heilung, ihr gewinnt Schadenswiderstand. Und das sind wirklich sehr, sehr große Vorteile. Und deswegen kann ich euch diesen Booster-Shot auf jeden Fall empfehlen. Oder diese Doping-Spritze auf jeden Fall empfehlen, weil sie eben sehr viele Vorteile hat. Kommen wir zum Schild. Beim Schild ist es so, es gibt ja verschiedene Schild-Auswahlmöglichkeiten. Und ich empfehle euch sehr, hier das Angriffsschild zu benutzen. Das ist nicht das stärkste Schild, was ihr benutzen könntet. Das hat jetzt in meinem Fall 589.731 Lebenspunkte. Der ein oder andere könnte jetzt anzweifeln, dass es Sinn macht, dass das Schild viel zu wenig durchhält. Denn zum einen habt ihr ja gesehen, habe ich jetzt nicht so viel Fertigkeitenstärke. Aber ich habe euch gezeigt, ihr könnt das Schild heilen über dieses Talent, was ein Vorteil ist. Und ich werde euch jetzt zeigen, dass es sehr wohl so ist, dass man mit diesem Schild sehr, sehr gut durchhält und entsprechend viel Schaden austeilt. Wie ihr sehen könnt, ich habe zwei Leute mit im Team, den Mark und den Libby. Die schießen jetzt hier auf die Gegner, während ich da stehe. Und ihr könnt sehen, ich halte sehr gut durch mit diesem Schild. Das ist gar kein Problem. Ich mache zusätzlich ordentlichen Schaden, wie ihr an den Schadenswerten sehen könnt. Also macht euch da keinen Kopf, dass ihr nicht auf Full-Tank geskillt seid. Es ist überhaupt nicht nötig, als Full-Tank unterwegs zu sein. Im Gegenteil, ihr nehmt der Gruppe dadurch auch entsprechend Schaden. Es macht viel mehr Sinn, eben den Tank im Moment in der Division so zu spielen, wie ich euch das zeige. Eben als Schadenstank. Und es ist wirklich eine gute Sache. Jetzt hoffe ich, dass euch der Guide gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir sehr gerne ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Immer rein damit. Ich antworte euch auf jeden Fall auf die meisten eurer Fragen. Und ansonsten gibt es jetzt am Ende gleich wieder zwei Tipps zu Videos von mir, die ihr euch anschauen könnt. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier in die Division. Euer Latan. Ich antworte euch auf jeden Fall.